Wie genau beleuchte ich eigentlich eine Szene im Blender? Worauf muss ich achten und was für Möglichkeiten habe ich? Solche Fragen hast du dir schon gestellt? Dann bist du hier richtig. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Licht. Eine der wichtigsten Sachen in 3D. Natürlich, es gibt verschiedene wichtige Sachen, aber wenn ihr schon mal ein Rendering gemacht habt und denkt, Mensch, irgendwie sieht das nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist ganz oft der Fall, dass die Beleuchtung eventuell noch nicht stimmt. Und dementsprechend beschäftigen wir uns heute zum einen mit ein paar Grundlagen, Licht betreffend, und dann werden wir zusammen die Szene, die ihr hier jetzt seht, gemeinsam beleuchten, um das, was wir quasi im ersten Teil dieses Tutorials gelernt haben, dann auch direkt einmal in der Praxis anzuwenden. Also starten wir direkt rein. Ich habe hier jetzt eine kleine Szene aufgebaut mit ein paar grundlegenden Formen drin, um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie das Licht aussieht, wie das mit den Objekten interagiert und wie man damit arbeiten kann. Im Blender gibt es grundsätzlich drei Kategorien von Lichtern. Einmal Lichtobjekte, die man über Shift-A, Light, hinzufügen kann. Dann gibt es sogenannte Mesh-Lichter und dann gibt es sogenannte Welt-Lichter. Wir gehen auf alle drei Kategorien gleich ein und reden über Gemeinsamkeiten und Besonderheiten. Fangen wir erstmal an mit den ganz normalen Lichtobjekten, die ich hier eben gerade ja schon gezeigt habe, also Punktlicht, Sonnenlicht, Spotlicht und Flächenlicht. Ich habe die hier drüben im Outliner jetzt schon einmal hinzugefügt und ich aktiviere die jetzt einfach mal nach und nach. Und wir schauen uns an, wie die aussehen. Also ich fange einfach mal an mit dem Pointlicht, also dem Punktlicht. Ich aktiviere das jetzt mal und hier oben rechts im Rendered View sehen wir, was für einen Look dieses Licht halt hat. Ein Punktlicht könnt ihr euch einfach vorstellen wie eine kleine Glühbirne quasi, was das Licht gleichmäßig in alle Richtungen quasi in Kugelform abstrahlt und dann in die Szene gibt. Wenn ich an einem Licht etwas ändern möchte, dann kann ich hier drüben in den Data Object Properties hier diese kleine Glühbirne anklicken. Hier sehen wir jetzt auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen Color, also die Lichtfarbe, die ich halt hier einfach verändern kann. Dann die Intensität des Lichtes. Und die Lichtgröße, die kann ich hier auch verändern. Das sind auch die drei Eigenschaften, die alle Lichter miteinander, also alle Lichtobjekte miteinander gemein haben. Farbe, Intensität und Radius. Und dann gibt es noch bei vor allem zwei der Lichtobjekte, nämlich bei Spotlicht und bei dem Arealicht, gibt es noch besondere Einstellungen, die wir uns jetzt gleich anschauen. So, als nächstes schauen wir uns jetzt einfach mal das Spotlicht an. Ich deaktiviere das Punktlicht, aktiviere das Spotlicht. Und das Spotlicht ist, wie der Name schon sagt, ein gerichtetes Licht, was einen Spot, also einen Punkt, erzeugt. Und das sehen wir hier oben, wie das aussieht. Und wir sehen auch, dass dieses Icon hier im Viewport mit diesen orangenen Linien uns genau anzeigt, wo der Rand von diesem geworfenen Lichtkegel ist. Das Spotlicht könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie eine Taschenlampe. Auch hier haben wir wieder Farbe, Power und Größe. Hierbei bezieht sich die Größe auch wieder auf das Spotlicht oben. Und auch wenn wir hier die Größe verändern, sehen wir, dass sich hier auch dieses Icon entsprechend verändert. Eine der Besonderheiten beim Spotlicht ist, dass wir hier noch die Größe des Spots selber einstellen können. Also, wenn man sich das, wie gesagt, wie eine Taschenlampe vorstellt, dann kennt man das ja. Man kann dran drehen und dann kann man den Strahl entweder fokussieren oder auf diesen Flutlichtmodus schalten. Und genau das können wir mit diesem Spot Size hier machen. Und hier drunter mit diesem Blend-Parameter können wir einfach einstellen, wie scharf der Lichtabfall vom Zentrum des Lichtkegels zum Rand des Lichtkegels sein soll. Beim Area-Licht ist es so, dass wir hier eine Lichtfläche haben, die jetzt hier durch dieses Rechteck oder beziehungsweise durch dieses Quadrat hier gekennzeichnet wird, aus dem das Licht herausfällt und so die Szene flächig beleuchtet. Auch hier wieder Farbe, Kraft und Größe. Hier haben wir jetzt als besondere Einstellung noch die Möglichkeit, die Form zu verändern. Also wir können das von einem Quadrat in ein Rechteck verändern, wo wir dann hier die Größe einstellen können. Wir können einen Kreis daraus machen oder eine Ellipse. Grundsätzlich gesehen können wir dann diese Form, wenn wir die ausgewählt haben, aber auch skalieren. Das heißt, ich kann hier auch durchaus die quadratische Form auswählen und dann über SY zum Beispiel und SX oder generell einfach skalieren mit S die Einstellung oder die Größe dieses Lichtes verändern. Eine weitere Einstellung, die das Flächenlicht hat, ist der sogenannte Spread. Und das ist, in was für einem Winkel das Licht aus dieser Fläche herauskommt. Wir sehen ja diese Fläche mit dieser Linie, die hier nach unten zeigt. Das bedeutet, das Licht von dieser Fläche fällt in diese Richtung hier nach unten. Und hiermit können wir dann einstellen, in was für einem Winkel das passieren soll. Also bei 180 Grad fällt das Licht wirklich quasi komplett auf einer Ebene nach unten. Und je enger wir, beziehungsweise je schmaler wir diesen Winkel hier machen, desto gerichteter wird das Licht auch. Das sieht man hier oben auch in der Ansicht. Je kleiner ich diesen Winkel hier mache, desto gerichteter wird das Licht, bis es halt irgendwann einfach nur einen rechteckigen Kasten hier gibt. So, und die letzte Lichtquelle von den Lichtobjekten ist das Sonnenlicht. Das aktiviere ich jetzt auch einmal. Und das sieht jetzt so aus. Und das Sonnenlicht hat auch wieder unsere drei bekannten Einstellungen. Farbe, Stärke und Größe. Größe heißt jetzt hier Angle. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber im Grunde genommen ist das einfach die Größeneinstellung des Sonnenlichts, die wir hier verändern können. Genauso können wir wie bei den anderen Lichtern auch Stärke und Farbe verändern. So, damit haben wir jetzt eine kurze Übersicht über die vorhandenen Lichtobjekte abgehandelt. Aber ich habe ja gesagt, es gibt drei Kategorien. Und die nächste Kategorie, die wir uns jetzt anschauen, ist das sogenannte Mesh Light. Und das ist, dass man einfach ein Mesh auswählen kann. Und man kann dieses Material oder dieses Mesh dann selber zur Lichtquelle machen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier unten diesen Torus aussuche und dann hier den Shader Editor öffne mit dem Material, dann kann ich hier unter dem Tab Emission einfach eine Emissionsstärke einstellen, also eine Lichtstärke einstellen. Und dann sieht man hier oben im Rendered View, dass dieser Torus anfängt zu leuchten und auch das Licht in die Szene strahlt und entsprechend die Szene beleuchtet. Auch hier haben wir die Möglichkeit, die Lichtfarbe zu verändern. Und hier können wir natürlich dann einfach die Mesh-Größe selber verändern, wenn wir das dann machen möchten. Und damit können wir dann ganz ausgefallene Beleuchtungs-Setups in unserer Szene bauen. Und dann gibt es ja noch eine dritte Kategorie und das sind die sogenannten Weltlichter. Weil wenn wir jetzt mal schauen, ich habe sämtliche Lichter hier deaktiviert und auch das hier ist deaktiviert und dann ist euch vielleicht aufgefallen, ja Moment mal, aber ich sehe ja trotzdem hier was in dieser Szene. Ja, sehr gut aufgepasst. Das liegt daran, wenn wir hier in den World-Tab gehen, dass die Umgebung selber standardmäßig Licht in die Szene gibt. Und das könnte ich hier jetzt zum Beispiel minimieren auf 0. Und jetzt sehen wir, jetzt ist es zappenduster. Jetzt haben wir wirklich absolut kein Licht mehr von der Welt, was in die Szene einfällt. Und auch hier können wir dann beispielsweise einfach die Intensität erhöhen, wie wir das halt möchten. Und wir können auch hier zum Beispiel die Farbe wechseln. Und man sieht, dass sich dadurch auch die Lichtfarbe ändert, die auf die Szene fällt. Jetzt können wir mit dem Weltlicht hier aber noch etwas anderes machen. Nämlich wir können dem Weltlicht auch durchaus eine Textur geben. Und dazu wechsle ich jetzt hier im Shader-Editor vom Object-Mode in den World-Mode. Und dann sehen wir, dass wir hier zwei Nodes haben. Einmal den Background, das sind die gleichen Einstellungen wie hier drüben in dem Panel. Also hier kann ich auch die Stärke einstellen. Ich kann die Farbe einstellen. Aber ich habe hier jetzt auch die Möglichkeit, eine Farbe in diese Background-Node hier einzustecken. Und das kann ich einfach mit einer Textur machen. Und das mache ich jetzt mit STRG-T. Wenn das bei euch nicht funktionieren sollte, mit STRG-T, dass diese Nodes hier hinzugefügt werden, dann müsst ihr das Node-Wrangler-Add-On aktivieren. Dazu geht ihr einfach in Preferences, Add-ons und dann sucht ihr hier einfach nach Node-Wrangler und setzt hier einen Haken. Und dann könnt ihr hier im Shader-Editor einfach mit STRG-T so ein Node-Setup hinzufügen. Und hier können wir jetzt ein sogenanntes HDRI-Bild hinzufügen. Und dieses HDRI-Bild wird dann genutzt, um die Szene hier zu beleuchten. Ich habe schon mal eins in Blender geladen und kann das jetzt hier einfach auswählen. Diese Bilder könnt ihr euch zum Beispiel bei HDRI-Haven kostenlos herunterladen. Und ich kann euch einfach mal kurz zeigen, wie sowas aussieht. Dafür gehe ich jetzt mal in den Image-Editor. So sieht dann so ein Bild zum Beispiel aus. Und dieses Bild wird dann kugelförmig um die ganze Szene drumherum gelegt und beleuchtet diese dann. Das heißt, diese hellen Bereiche hier wirken dann wie Lichtquellen in der Blender-Szene und strahlen dann entsprechend die Objekte in der Szene an. Das sehen wir jetzt hier auch, dass hier auf einmal diese Objekte auch die Umgebung reflektieren. Und wenn wir uns hier umschauen, dann sehen wir auch, dass es so aussieht, als wenn diese kleine Fläche hier im Raum selber schweben würde. Und jetzt, wo wir eine erste Übersicht über die Lichttypen und Lichtmöglichkeiten in Blender erfahren haben, möchte ich diese Lichter, die wir uns jetzt angeschaut haben, noch mal zusätzlich in zwei Kategorien einordnen. Und zwar einmal in sogenannte lokale Lichtquellen und in globale Lichtquellen. Was meine ich damit? Lokale Lichtquellen sind zum Beispiel Lichtquellen wie das Area Light, wie das Point Light, wie das Spotlight oder wie das Mesh Light, was wir uns angeschaut haben. Und globale Lichtquellen sind etwas wie das Sonnenlicht oder hier dieses Weltlicht, entweder mit einem HDRI-Bild oder einfach mit einem Farbbild. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, ich entferne hier mal gerade das HDRI aus dem Background-Slot und wir schauen uns das jetzt einfach mal hier an dieser Szene an. Um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, werde ich hier jetzt auch einfach mal diesen Geometrieaufbau hier entfernen, also sprich den Porus und die ganzen Kugeln, den Zylinder und die Plane ist das Einzige, was wir jetzt übrig lassen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Punktlicht zum Beispiel an. Das schiebe ich jetzt einfach mal zurück in die Mitte und schiebe es ein wenig über diese Plane drüber. Und mit der Taste 7 auf dem NumPAD bzw. hier über die Taste Z gehe ich in die Top-Ansicht und ich ändere jetzt hier die Ansicht auch einfach mal in den Rendered-Viewport-Mode. Und hier sehen wir jetzt, dass wir bei einem Punktlicht nicht überall die gleiche Helligkeit haben, sondern wir haben einen hellen Punkt in der Mitte und das Licht fällt dann nach außen hin immer weiter ab. Also sehr intensiv in der Mitte und immer weniger intensiv zu den Seiten hin. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für das Area Light. Wenn wir uns das jetzt nehmen, ich habe das hier jetzt einfach mal rotiert und in diese Plane mehr oder weniger reingesteckt. Ich schiebe das jetzt einfach mal ein kleines bisschen nach oben entlang der Y-Achse. Auch hier sehen wir in der Top-Ansicht hohe Intensität direkt vor dem Licht, die dann immer weiter und immer weiter und immer weiter nachlässt. Und das Gleiche gilt auch bei dem Spotlicht. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, und zwar in der Variante von der Seite, das heißt, ich wähle das Spotlicht jetzt aus und mit RY90, also minus 90 Grad, rotiere ich das einfach mal um die Y-Achse und schiebe das Ganze jetzt einfach mal nach unten, dass wir auch hier sehen, wie sich das Licht verhält. Und auch hier können wir erkennen, hohe Intensität am Anfang und immer weniger Intensität, je weiter wir von dem Licht wegkommen. Das heißt, diese drei Lichtarten, Spot, Point und Area, haben nicht überall die gleiche Lichtintensität. Und das Gleiche, ich deaktiviere hier mal das Spotlicht und aktiviere hier nochmal den Torus, den wir eben gerade schon hatten, wechsle nochmal in den Object Mode und erhöhe hier nochmal die Intensität von dem Licht. So, nochmal 5 und auch hier können wir sehen, wenn wir uns das anschauen, hohe Lichtintensität in der Mitte und dann wird das Licht immer schwächer, je weiter wir uns von der Lichtquelle entfernen. Eine Sonnenlichtquelle, die ich hier einfach mal aktiviere, hingegen verhält sich anders als diese, also als Area Point, Spot und Mesh Light. Und zwar insofern, dass es hier keinerlei Nachlass der Lichtintensität gibt. Das heißt, die Lichtintensität von einer Sonnenlichtquelle ist in der ganzen Szene gleich. Und das sieht man auch daran, dass sich die Navigation, nenne ich es jetzt einfach mal, von einer Sonnenlichtquelle ein bisschen anders gestaltet. Ich kann die jetzt halt bewegen, hin und her, und man sieht, es ändert sich überhaupt nichts. Der Schatten von diesem Torus, der jetzt hier ein wenig in der Luft schwebt, bleibt exakt an der gleichen Stelle und das, obwohl ich diese Lichtquelle hier verschiebe. Und das liegt daran, dass das Entscheidende an dieser Lichtquelle, an dieser unendlichen Lichtquelle, diese Linie hier ist. Denn die zeigt an, aus welcher Richtung das Licht kommt. Und das könnt ihr euch wirklich so vorstellen wie eine riesige Wand aus Licht, die in diese Richtung hier fällt. Und dementsprechend ist es egal, wo wir jetzt hier sind, weil die generelle Richtung des Lichtes ändert sich nicht. Das heißt, wenn ich eine Änderung des Lichtes bei einer Sonnenlichtquelle haben möchte, dann muss ich das Licht rotieren. Das heißt, wenn ich jetzt R drücke und das Licht rotiere, dann sehen wir, jetzt verändert sich die Schattenrichtung zum Beispiel. Und wenn ich es auf dieser Achse hier zum Beispiel rotiere, dann sehen wir auch, okay, jetzt wird wirklich die ganze Szene homogen dunkler, aber die gleichmäßige Ausleuchtung bleibt gleich. Und so wie auch diese Sonnenlichtquelle hier eine komplett homogene Ausleuchtung bietet, tut das auch das Weltlicht. Sowohl hier als einfache Farbe, die wir verändern können, als auch als HDRI. Das bedeutet, auch dort haben wir keinerlei Lichtabfall, Lichtverfall, sondern überall in der Szene bleibt das Licht erstmal homogen gleich. So, und jetzt, wo wir diese ganzen Basics gelernt haben, kommt endlich der spannende Teil. Und zwar haben wir hier eine kleine Szene, die ich gebaut habe und die wollen wir jetzt ausleuchten. Man sieht, das ist so ein bisschen retro-mäßig hier alles mit einem alten Computer und einem alten Schreibtisch und so weiter. Und das Erste, was man halt beim Ausleuchten machen sollte, neben dem Handwerklichen, also dem Überlegen, was für Lichter benutze ich denn jetzt erstmal, man sollte sich überlegen, wie soll die Szene überhaupt aussehen, was soll die Szene aussagen. Und in meinem Fall möchte ich, dass das hier jetzt so ein bisschen so eine Sache ist, wie so ein altes Polizeirevier mitten in der Nacht und der Detective sitzt hier noch und arbeitet an irgendwas Wichtigem und das Mondlicht scheint hier rein und vielleicht noch so ein bisschen eine Neon-Reklame erleuchtet auch noch so ein bisschen den Raum. Also so ein bisschen eine stimmungsvolle Szene möchte ich hier aufbauen. Und das ist so ein bisschen das Erste, was ich euch auch empfehlen würde. Macht euch klar, was wollt ihr mit dieser Szene aussagen. Das macht die Entscheidungen, welches Licht man wie benutzt, deutlich einfacher. In dieser Szene ist es jetzt so, wenn ich hier mal auf World gehe, dann könnt ihr sehen, die Welthelligkeit ist auf Null. Das heißt, wenn ich hier oben dann jetzt in den Rendered Mode gehe, dann sehen wir, es ist komplett schwarz, weil wir aktuell noch keinerlei Lichter in der Szene hier haben. Ich möchte jetzt anfangen damit mit dem ersten Licht und zwar möchte ich, dass hier der Monitor an ist und bei diesem Modell, was ich hier benutze, ist es so, dass hier eine Textur, dass ich eine Textur dafür habe, eine Farbtextur und wie ihr seht, kann ich hier bei diesem Emission Shader oder bei diesem Emission Slot auch einfach eine Textur oder eine Farbe einstecken und genau das mache ich jetzt hier einfach mal. Und wenn ich die Farbe dann hier eingesteckt habe, dann ändere ich noch die Emission Stärke. Sagen wir mal auf 3 und wir sehen, jetzt haben wir hier das erste Licht in unserer Szene. Der Monitor leuchtet jetzt mit einem Bild darauf und ich glaube, ich würde das sogar noch ein bisschen heller machen, dass wir hier so ein kleines bisschen Licht auch auf dem Sessel hier haben und wir schauen mal, das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Wir machen das jetzt mal zurück auf 4 und lassen es jetzt einfach erstmal so und jetzt möchte ich, dass hier durch dieses Fenster quasi Mondlicht reinfällt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welches Fenster? Also hier, ich habe jetzt hier einfach mal nur dieses Fensterkreuz quasi angelegt, weil ich wusste, dass das Fenster hier außerhalb der Szene ist und wir müssen natürlich kein Fenster bauen, wenn wir das in unserer Szene hier überhaupt nicht sehen. Dementsprechend habe ich jetzt nur dieses Fensterkreuz und das habe ich extra dafür angelegt, dass das auch Schatten in die Szene wirft, weil ich möchte jetzt, dass wie gesagt von außen hier so ein Mondlicht einfällt und dafür benutzen wir eine unendliche Lichtquelle, weil der Mond ist ja genau wie die Sonne sehr weit weg und wir benutzen darum eine Sonnenlichtquelle. Ich gehe jetzt einfach mit der 1 auf dem NumPAD in die Frontansicht. Ihr könnt das hier oben über dieses Gizmo auch einfach über die Taste Y machen. Dann rotiere ich das mit der Taste R und ich schiebe das hier nach außen, einfach nur, dass ich es besser sehen kann. Und dann rotiere ich das Ganze ein wenig. Das war erst mal so ein bisschen nach links-rechts und da sehen wir schon, dass wir hier so ein bisschen Licht auf die Front von dem Rechner bekommen und hier können wir auch sehen, wenn wir rechts oben hier im Rendered View schauen, dass so ein Schatten über diesen Rechner geht und das ist hier dieses Fensterkreuz, was darüber geht. Ich gehe nochmal in die Frontansicht und jetzt schaue ich einfach, wie ich dieses Sonnenlicht oder in unserem Fall das Mondlicht so rotiere, dass es einen spannenden Schatten hier irgendwie wirft, um diese ganze Fläche hier noch ein bisschen aufzubrechen. Weil beim Beleuchten geht es natürlich auch darum, nicht alles homogen auszuleuchten, sondern durchaus Licht und Schatten zu haben und damit dann ein dynamisches Spiel zu erzeugen, dass halt auch die Form von Objekten schön gezeigt wird und das ist genau das, was ich hier auch gerade versuche. Das Mondlicht an sich, das wäre eher kühl, darum gebe ich dem jetzt einfach mal eine blaue Farbe, sagen wir mal so und ich erhöhe auch einfach mal die Helligkeit einfach auf irgendeinen Wert. Ich gucke jetzt einfach, was mir gefällt und ich glaube, hier ist vielleicht gar nicht schlecht, darum lassen wir das jetzt einfach erst mal so und damit haben wir jetzt quasi schon unsere zweite Lichtquelle in dieser Szene drin. Persönlich gefällt mir das ganz gut, weil wir hier so ein bisschen die Kante von dem Stuhl auch sehen können. Wir sehen ein bisschen was, was auf dem Tisch hier drauf liegt und wir haben schon einen leichten farblichen Kontrast zu dem eher gelblichen Licht von dem Monitor zu einem etwas bläulichen Licht, was jetzt von draußen ins Fenster kommt. Und wir machen jetzt einfach mit Licht, was von außen reinfällt weiter, weil ich kann mir halt vorstellen, dass, wie gesagt, das so eine, weiß ich nicht, wie so ein Polizeirevier ist, vielleicht in einer etwas runtergekommenen Gegend, so aus amerikanischen Filmen kennt man das ja, dass dann da vielleicht auch irgendwie so eine Neon-Reklame noch ist von, das ist irgendwie ein Privatdetektiv oder weiß ich nicht was und da scheint dann noch so eine Neon-Reklame irgendwie durchs Fenster durch und gibt dann hier auch ein bisschen Licht in die Szene rein. Und das machen wir jetzt. Das heißt, ich füge jetzt einfach ein Spotlicht hinzu und gehe mal wieder in die Frontansicht und ich rotiere das. Das hier wird quasi das Licht von unserer Neon-Reklame und ich schiebe das jetzt hier einfach mal rüber. So. Und schiebe das vielleicht ein bisschen höher. Also ihr seht, dass das hier einfach auch ein bisschen, wie gesagt, das ist jetzt, hier gibt es keinerlei Patentrezept, wie man das macht, sondern hier muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Und ich möchte, dass diese Neon-Reklame, die jetzt draußen ist, dass die magenta ist, also dass die wirklich so ein richtig knalliges Pink einfach hat. Sagen wir mal so. Und ich erhöhe jetzt auch einfach mal die Intensität auf 50 Watt. Das kann ich später immer noch runterschalten, aber jetzt erstmal finde ich das ganz gut. So. Und jetzt ist es ja aktuell so, dass dieser Lichtkegel, wenn ich hier mal reingucke, dann sehen wir das ja, der ist ja aktuell noch sehr groß und ich glaube, dass der mir aktuell etwas zu groß ist. Das heißt, ich würde den jetzt gerne ein bisschen kleiner machen. Und das können wir ja hier machen über die Beam Shape. Also mache ich das einfach mal ein bisschen schmaler. Sagen wir mal so. Und dann möchte ich, dass wir hier wirklich die Kante von dem Computer damit treffen. Das heißt, ich schiebe das jetzt einfach ein bisschen nach hinten und rotiere das und schaue jetzt einfach mal, ob ich hier irgendwo eine Stelle finde, wo ich hier dieses dieses Kantenlicht von dem Computer wirklich sehr schön kontrollieren und einfärben kann. Hier sehen wir, da gehen wir schon fast in die richtige Richtung. Mal gucken, wie wir das jetzt hier ganz hin rotieren. Wir sehen auch, dass wir halt durch dieses magentafarbene Licht auch hier so ein bisschen magenta hinbekommen und hier so ein paar Lichter hier und da. Und dann schauen wir mal, ob wir das halt eher heller oder eher dunkler haben wollen oder ob wir hier den Winkel noch ein bisschen ändern möchten. Also wie ihr seht, das Ganze ist ein wenig Trial and Error und wir müssen gucken, wie uns das jetzt hier alles am besten gefällt. Und ich denke, dass wir hier jetzt schon gar nicht so verkehrt sind. Das heißt, wir lassen das jetzt einfach mal so und dann machen wir mal weiter. Als nächstes möchte ich hier der linken Seite von dem Computer ein bisschen Licht geben, weil das aktuell hier komplett im Schatten versinkt. und ich möchte schon, dass man hier die Form von diesem Computer richtig sieht. Und um das machen zu können, füge ich jetzt einfach mal ein Punktlicht hinzu. Und dieses Punktlicht hier, das schiebe ich jetzt einfach mal ungefähr an diese Stelle hier, weil ich genau weiß, aufgrund des Kamerawinkels, ich blende die Kamera auch mal ein, hier ist die Kamera, dass das Licht dann natürlich von dieser Seite des Computers hier abprallt und genau in die Kamera rein reflektiert. Und ich mache das jetzt einfach ein bisschen höher, dieses Licht hier. Und ich möchte nicht, dass wir hier jetzt so eine scharfe Reflektion haben, wie wir das aktuell haben. Darum erhöhe ich jetzt einfach mal die Lichtgröße, dass das wirklich wie ein flächigeres Licht einfach ist, dass wir hier nicht so eine scharfe Reflektion haben. Und dann möchte ich, dass das Licht deutlich wärmer ist, weil ich stelle mir vor, dass das sowas ist wie irgendeine Lampe, die in irgendeiner Ecke vom Raum vielleicht steht, mit so einer schönen alten Glühbirne, die dann wirklich einfach sehr, sehr warmes Licht in die Szene wirft. Dementsprechend mache ich das Licht jetzt auch recht warm. Und dann schaue ich mal, wie das hier mit verschiedenen Höhen aussieht, was mir am besten gefällt. Und dann machen wir das Ganze dunkler, weil ich finde das persönlich jetzt ein bisschen zu hell. Das zieht mein Auge ein bisschen zu sehr in diese Ecke dahin. Und dann schauen wir mal, wo uns das am besten gefällt. So, ihr könnt das natürlich machen, wie ihr gerne möchtet. Ich lasse das jetzt einfach mal an dieser Stelle hier. Und dann haben wir hier den Vordergrund schon gar nicht schlecht aufgelöst. Also das heißt, wir haben hier jetzt schon ein bisschen Form und Farbe drin. Hier unten ist jetzt eine Stelle, die noch so ein bisschen dunkel ist. Das heißt, die hier möchte ich jetzt noch ein bisschen aufhellen. Dafür nehme ich jetzt auch einfach dieses Punktlicht, das wir hier schon erstellt haben. Mit Shift-D dupliziere ich das und das schiebe ich einfach nach hier unten. Und ich schaue einfach hier auf diese Lehne, weil ich weiß, das hier ist Metall. Und ich gucke jetzt einfach, wo dieses Licht so ein bisschen von dieser Lehne gefangen wird. Und wir sehen auch, dass der Computer ein bisschen was davon abbekommt. Und dann haben wir hier so ein kleines bisschen diese Schatten aufgebrochen und haben hier auch ein bisschen mehr Detail drin. So, als nächstes möchte ich den Hintergrund angehen, weil der ist ja aktuell komplett im Schatten. Kann man natürlich so lassen, wenn man das möchte. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall den Hintergrund ein wenig aufhellen. Und dazu büge ich jetzt erst mal ein Flächenlicht hinzu. Ein Area Light also. Und ich möchte, dass dieses Area Light hier diese Seite des Raumes beleuchtet. Das heißt, ich schiebe das jetzt ein bisschen nach oben und ich rotiere das Ganze auch in Richtung dieser Bücherregale hier hin. Und ich möchte, dass es die Farbe des Mondlichts hat. Einfach um so ein bisschen diesen Raum hier mit mehr kühler Farbe im Hintergrund zu füllen. Das heißt, ich kann hier einfach mit dem Cursor über diese Farbe von dem Mondlicht gehen. Kann STRG C drücken. Kann dann das Area Light, das Flächenlicht auswählen und kann dann hier einfach STRG C drücken. Und damit habe ich dann dieses kühle Licht hier eingefügt. Hier ist es jetzt so, dass wir natürlich den Hintergrund sehr, sehr stark erhellen. Was den Hintergrund auch ein bisschen flach macht. Dementsprechend reduziere ich jetzt hier auf jeden Fall einfach mal, um es auszuprobieren, die Lichtintensität ein wenig. Und ich werde auch hier den Spread verändern, also den Abstrahlwinkel dieses Lichtes. Ich werde den schmaler machen. Sagen wir mal so. Und dann wieder die Helligkeit ein bisschen reduzieren. Also hier auch nochmal an euch der Hinweis, dass es, wie ihr schon seht, einfach viel Trial and Error. Man versucht einfach ein paar Sachen aus und dann gibt es halt irgendwann die Dinge, die einem gut gefallen und dabei bleibt man dann. Aber Patentrezepte gibt es, wie gesagt, hier nicht. Okay, jetzt haben wir hier den Hintergrund auch schon teilweise ausgeleuchtet. Jetzt möchte ich aber gerne, dass wir im Hintergrund, vor allem hier hinten an der Wand, noch ein bisschen Leben bekommen. Das wäre ja hier dieser Bereich in unserer Szene, der ja aktuell auch immer noch sehr, sehr dunkel ist. Und um das zu machen, füge ich wieder ein Spotlicht hinzu. Shift A, Light, Spot. Und das schiebe ich jetzt einfach hier hinten an die Wand. Und das schiebe ich dann einfach mal nach oben. Schau jetzt einfach mal, wo hier eine gute Stelle wäre. Ich gucke hierbei oben rechts in den Viewport und sehe, wie dieses Licht entsprechend an der Wand langfällt. Und ich persönlich finde hier jetzt aktuell den Lichtkegel auch wieder zu groß. Das heißt, ich ändere jetzt einfach mal die Spot Size und ändere auch den Blend Value, um den Lichtkegel an den Kanten so weich wie möglich auch zu machen. Vielleicht mache ich das sogar wirklich auf 1, dass es so weich ist, wie es nur sein kann. Und ich glaube, ich möchte es sogar noch ein bisschen weicher haben. Dazu ändere ich hier die Größe von dem Licht. Sagen wir mal so. Und dann möchte ich, dass dieses Licht die gleiche Farbe hat, wie dieses Licht, was sich hier vom Monitor reflektiert. Also auch wieder STRG C, STRG V. Und dann schauen wir mal, ob uns das so gefällt. Ob wir das vielleicht sogar ein bisschen stärker machen. Vielleicht ein bisschen weniger. So. So. Jetzt haben wir hier hinten auch wieder ein bisschen Leben in der Szene drin. Und dann haben wir ja hier noch eine offene Tür. Und da möchte ich auch, dass durch diese offene Tür auch ein Licht durchfällt und hier diese Wand ein bisschen beleuchtet und generell so ein bisschen die Szene dahingehend öffnet. Das heißt, ich füge jetzt ein Punktlicht hinzu. Punktlicht. Und das schiebe ich jetzt einfach mal nach hier hinten und schiebe das nach oben, damit es hier so ein bisschen durch diese Tür durchscheinen kann. Und auch hier muss ich jetzt erstmal den richtigen Punkt finden, wo mir das am besten gefällt. Vielleicht hier. Ich glaube, ich mache das ein bisschen größer, das Licht. Sagen wir mal so, dass der Schatten hier einfach ein bisschen weicher wird, weil größere Lichtquellen natürlich auch einen weicheren Schatten werfen. So, jetzt schaue ich einfach mal, welche Höhe ich hier haben möchte. Sagen wir mal so. Und dann verändern wir hier auch einfach mal die Helligkeit, weil ich das schon ganz schön fände, als wenn so ein Licht im Flur draußen brennen würde und halt durch die offene Tür hier hereinfällt und dann im Hintergrund so ein bisschen mehr Interesse weckt. Auch hier möchte ich nicht, dass das Licht rein weiß ist, sondern ich möchte auch hier, dass das ein bisschen Wärme bekommt. Nicht so sehr grün, sondern eher ins rötlich-gelbe. Sagen wir mal so. Wunderbar. Das gefällt mir ganz gut. So, und jetzt ist es so, dass mir das grundsätzlich schon recht gut gefällt, was wir hier jetzt ausgeleuchtet haben. Aber ich hätte hier gerne auf diesen Aktenschränken, die hier im Hintergrund stehen, auf diesen hier, hätte ich gerne noch ein bisschen Licht. Dass das so aussieht, als wenn durch diese Tür hier vielleicht ein bisschen Licht reinfällt und dann hier die Kanten von diesen Regalen hier erhält. Und dafür füge ich jetzt einfach mal ein Flächenlicht hinzu. Shift-A, Area Light. Und das schiebe ich jetzt nach hier. Und das rotiere ich jetzt um die X-Achse, RX 90 Grad. Und wenn es in die falsche Richtung zeigt, drücke ich jetzt auch auf die Taste Minus, bevor ich das mit der linken Maustaste bestätige. Und jetzt skaliere ich dieses Licht auf der X-Achse, dass es wirklich nur ein ganz schmaler Lichtstreifen ist. Und jetzt positioniere ich das so, dass das hier relativ dicht dran ist, weil ich möchte hier, dass das Licht auf den Objekten schnell abfällt. Und wir wissen ja, wenn wir ein Licht dicht an einem Objekt platzieren, dann ist der Lichtabfall deutlich intensiver, als wenn ich es weiter weg habe. So, das heißt, ich positioniere das jetzt einfach mal hier, skaliere das vielleicht noch ein bisschen auf der X-Achse, dass es ein bisschen breiter ist. Und auf jeden Fall verändere ich auch den Spread, also dass das nicht mehr so weit in alle Richtungen strahlt, sondern wirklich einen relativ engen Winkel nach vorne das Licht abstrahlt. Schiebe ich das vielleicht sogar noch ein bisschen höher und skaliere das ein bisschen in der Höhe, dass es halt nicht so riesig ist. Und dann mache ich auch hier wieder das Licht deutlich wärmer und deutlich schwächer, weil ich möchte ja nicht, dass das so aussieht, als wenn es hier irgendein Licht, noch ein zusätzliches Licht gibt, was hier irgendwie rumschwebt, sondern ich möchte ja, dass es so aussieht, als wenn diese Kanten hier vielleicht so ein bisschen mit von dem Licht beleuchtet werden, was hier sowieso schon im Raum vorhanden ist. So, und da schaue ich jetzt einfach mal, wie mir der Winkel am besten gefällt. Auch hier wieder ein bisschen Trial and Error beim Ganzen. Vielleicht sogar immer noch zu hell, wir machen mal ein halbes Watt draus. So, das gefällt mir ganz gut. Und dann schauen wir uns jetzt quasi noch mal an, was uns an der Szene gefällt und was nicht. Und grundsätzlich gesehen bin ich hiermit schon sehr zufrieden. Was mir noch nicht so gefällt, ist hier das Edge Light mit diesem Magenta, also quasi unser Neon-Rekalamenlicht. Da würde ich auf jeden Fall gerne noch mal schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen besser hier auf den Computer drauf bekommen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also ich rotiere das jetzt einfach ein bisschen und schaue einfach mal, wie wir die beste Reflexion an diese Kante hier bekommen. Vielleicht müssen wir auch das Licht hier ein bisschen rotieren. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich verändere jetzt hier auch noch mal das Blending, dass der Lichtkegel deutlich weicher ist, einfach um so den Übergang ein bisschen zu, ja, ein bisschen sanfter zu machen. Gucken wir mal, wenn wir die Intensität hier steigern, ob uns das gefällt oder nicht. Vielleicht machen wir den Strahl, die Spot Size noch ein bisschen schmaler. Das soll wirklich das magentafarbene Licht eher hier auf den Rechner konzentrieren und nicht so sehr hier auf die ganzen Bücher. Ich experimentiere auch einfach gerade ein bisschen mit der Lichtstärke. Ein bisschen schwächer wieder und die Spot Size ein kleines bisschen größer. So, und jetzt sagen wir einfach mal, dass wir das so gut finden, dass wir hiermit zufrieden sind. Wenn ihr so eine Szene baut, dann könnt ihr natürlich so viel daran rum experimentieren, wie ihr gerne möchtet. Und lasst euch da auch Zeit und erlaubt euch auch, Dinge auszuprobieren. Das gehört zu diesem Prozess der Beleuchtung einfach dazu. Was wichtig ist, überlegt euch vorher, in welche Stimmung ihr gehen wollt, was für eine Stimmung dieses Bild hinterher kommunizieren soll. Und dann entscheidet euch für die Beleuchtung. Weil einfach drauf los zu beleuchten, ohne zu wissen, was es hinterher werden soll, kann manchmal funktionieren, aber vor allem bei solchen Szenen ist es immer besser, vorher quasi so ein Bild im Kopf zu haben, in welche Richtung es gehen soll und dann mit der Beleuchtung zu starten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Und so verpasst ihr auch nicht den Blender-Content, der hier auf jeden Fall in Zukunft noch kommen wird. Und darum sage ich einfach mal, bis dahin!